Die Dichterin heißt Hilde Domine. Kennst du irgendwelche Gedichte auf Deutsch? Ja, viele. Es gibt eine Dichterin, die heißt Hilde Domine. Ich glaube, sie war sehr alt, als sie starb. Und sie hat ein Gedicht, das heißt, manchmal wünschte ich, dass Worte glas wären, dass sie zerbrechen, wenn wir sie missbrauchen. Das ist wahnsinnig schön. Ja. 1 1 2 3 4 4 5 5 5 6 5 5 6 7 4 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020